hallo wir freuen uns von star trek ja ich bin wieder dabei danke ich guck mir das mal vielen vielen dank für das geschenk werde ich annehmen werde ich dann mal gucken ob ich das benutzen kann also du siehst ja wir sind hier immer noch mit in den angriff geschichte und die stoff hochladen und er ist auf zimmer zu machen ultra viel jetzt gehen noch ein paar mehr ereignisse gemacht aber leider luft auf mir falls auch so lange nicht so hat man das war das die das vergangenheit wir schauen ja immer nach vorne das was vor uns nicht gut aus nein sie gehen immer ob die mitte optimistisch und an alle situationen des liebens zusammen ob es nun ein kampf gegen die hörbarer kennt die kredite sind oder sogar auch die borger ich will auch sogar die bau aber nur gut dann sind wir dabei gehört ja da können wir jetzt ach so erst schon aber das was blaues und ich versuchte ist es kommt dort es ist ein verloris und ich finde es gibt ihr weapons handy aber we're breaking into a secure computer system hier der herrkopf bahn zu take offens kippen bis sie war wie du our work or this will be a wasted trip kommt die zeit die sie brauchen doktor ja super das war klar dass wir jetzt auch so dass einfach nur mal riesig reinstecken und dann los ein 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 das das ich habe Die Linie geht einfach einfach kaputt. Ich dachte, du solltest dich in Star Wars sein, der Beste und der Beste. Ich würde gar nicht in Star Wars sein, wenn ich mich für diese Pug-Ausse bin. Geh zu Kampners, du bist besser. Ja, ich weiß nicht, dass ich die Räume verabschiede. er war ja durch wie lange denn noch wie ziehen wir solche sachen immerhin habe ich das war das wirklich immer so lange einfach ein computer wie das programm hochzuladen über ein heilmittel komischen ja ihren geist ist zustand aber er hat es geschafft der fortschritt ist voll ja schön und da super muss ich da noch hin rennen ja natürlich eine frage uns sehen wir uns das war die letzte uns das ist möglich du bist in der präsent ich bin die 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 Nicht jeder muss einen Traitor zu tun, nachdem ich ihn verabschiede. Es gibt nur einen Traitor hier, Weyoun. Es ist Zeit, dass du den Preis für deine Träufe verabschiedet hast. Verabschiedet. Du kannst sogar... ...müß dich nicht... ...müß mich... ...müß dich. Du! Jem'Hadar! Mach dich selbst sinnvoll! Geh das! Geh das ein Verhalten! Verabschiedet! Geh sie jetzt! Ich denke nicht. Er ist weg. Und nicht ein Moment zu schnell. Bezüge ich mich. Jeder hat ein Problem. Das ist ja mal wieder super. Man hat einen super Plan. Man prügelt sich komplett durch. Alles ist super. Und alles ist toll. Und dann kommt so ein komischer... ...Typie. Und macht alles kaputt. Was soll denn das? Kann doch ja nicht wahr sein hier. Ich hab' die Mühe gegeben. Ich hab' traurig. Der hofft noch wie sayin' ich sind. das herrk fleet is about to attack opposition we need to give the doctor the time he needs to transmit data on the cure die dingen rote alarm was soll das the Ja, 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 ja. Da haben wir noch eine Drehung und dann gib ihn. Was ist der Bauer eigentlich? Ah, 3 Sekunden. Ah. Ah. Wer sich? Na, 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 du bist da nicht ganz gut, Odo. Superbeobt, Quark. Was willst du? Entschuldige, mein Bruder, Odo. Wir sind hier, um zu helfen. Der Ferengi-Kavail? Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Hoho, das Beste ist noch zu sein, Odo. Say hallo, to my dangerous friends. Okay, jetzt Klingon nicht, oder? Well, Quark. We're waiting. Rahm? Where are they? Lose something. Like your nerve, perhaps? Ha! Klingon. Ja. Ja. We will fight the Herc. I now hold the weapon they fear most. The sword of Kalos has been returned to us. Join me now in honorable combat. Show the Herc what it truly means to be Klingon. For Kalos! For the Empire! Kapla! Ah, jetzt kommt hier mal richtig Spaß rein in die Bude hier. Alle ein Schild haben müssen wir. Wir werden extra Schild haben. Auch schön. Ich tue die. Ich tue die. Dass der tron... Oh! Oh! Ich tue die. Oh! Oh! Oh. Ich bin es so. Ja, 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 ja. so gleich noch eine flotte oder ich hätte sich nur für die super Die Klingons hat uns mehr Zeit in der Raum gegeben, aber die Situation auf der Ebene ist schrecklich. Die Hercs sind die Begründung der Jem'Hadar-Defense. Wir brauchen zu tun, was wir können, um zu helfen. Ich bin direkt auf die Great Link, um die Leute zu helfen. Die Zeit hat erneut. Die Hercs bedeutet, dass alles in ihren Weg. Wir werden nicht ermöglichen. Aber wir werden gegen sie stehen, wie Kailas stand. Defiant und stolz! Fight well! Und wenn wir brauchen, sterben! Kabla! Beenden wir das! So! Ich wollte das Klinge begeben. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Wir begeben uns in die Reichweite. Lassen wir uns da unterbeben. Ja, in der Zwischenzeit werde ich hier aber erst mal gleich wieder einen... ähm... Wem suchen wir? Nach dem Video. Talos! Wie finden wir ihn? zusammen! Talos! Gib uns Licht, um immer wieder zu sehen! forever! Will er immer von uns schluss? Never! Und die Geinspalt. Die meisten der Jem'Hadar-Line haben gebrochen. Auch der große Link ist in gefährlich. Ich werde unsere Defensoren an der Linken koordinieren. Ich bin da. Viel Glück, Botschafter. Jetzt. Die Jem'Hadar haben uns zu spät. Jetzt. Wir werden die Verteidigung zurück. So. Okay, aber jetzt werde ich hier an dieser Stelle erst... Ich werde hier jetzt für eine kleine Bau machen. Ich hatte so eine Schnittstelle. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Episode 2 nach unserem Anruf. Es wird weitergehen. Ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und ich werde weiterhin so gut dabei, wie sonst auch immer. Und ich vergesse bitte, dass ich ein halbes Jahr nicht da war. Denkt einfach, es ist nett. Und lasst uns zusammen die Zeit wieder genießen und Spaß haben. Ich freue mich immer wieder auf eure netten Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Wiedersehen.